Wie man sicher geht, dass man den richtigen Zug nimmt. Entschuldigung, ist das der Zug nach Leipzig? Entschuldigung, ist das der Zug nach Leipzig? Wann kommt der Zug? Hat er Verspätung? Wann kommt der Zug? Hat er Verspätung? Fährt der Zug nicht von Gleis 11 ab? Hat sich etwas geändert?